Meine allerliebste Nadja, hier haben wir das Wohnzimmer. Hier ist das Zimmer mit einem schönen kleinen Klavier. Alles nicht so wahnsinnig wichtig. Jeromys Zimmer, Tochterzimmer, bla 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 bla. Und jetzt kommen wir schon in mein Zimmer. Da ist der Ball. Ich habe nur eine Minute Zeit, deswegen muss ich ein bisschen schneller machen. Das ist mein Schrei-Tisch, mein neuer altes Bett, alte Gitarre, Nackenschmerzen-Bett. Hier aus dem Zimmerfenster rausgucken, hinter der Ampel, da ist Deckis Wohnungseingang. Und jetzt gehen wir hier rum und hier ist nämlich die schöne Terrasse. Und hinter den Bäumen, das kann man jetzt nicht so gut zeigen, ist das Haus von Daniel Melissa. Und hier bin ich. Und ich grüße dich sehr und freue mich sehr, dir das schöne, große, tolle Zimmer bald auch mal zeigen zu können. Und jetzt habe ich noch drei Sekunden und ein Kurzgewicht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.